Ich muss hier gar nicht mit Stereotypen-Klischees um die Ecke kommen. Das macht das Spiel von ganz alleine. Ja, ich bin unschuldig. Oh mein Gott. Holy shit. Ist das Ding echt, ja? Gut geschlafen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das echt ist, ne? Und bei aller Liebe und Respekt für die artgerechte Haltung von Haustieren, ja? Ein Soldat. Läuft durch die Wüste. Will der da Staub fischen? Thunder Tier 1. Wo ist denn die 2? Ha! Ha! Wir sehen uns beim nächsten Mal.